Wisse, was du willst, sei es dir wert. Wenn du Neues entwickelst, wenn sich Neues in dir entwickelt, ist es wichtig, dass du weißt, was du willst. Es ist wichtig, dass du darauf achtest, nicht aus alter Gewohnheit zu handeln. Alte Gewohnheiten können gar nichts Neues hervorbringen. Dabei ist es egal, ob es sich bei dem Neuen um ein Projekt, eine Beziehung oder was auch immer handelt. Weiterentwicklung ist wichtig. Und um dich, dein Projekt oder deine Beziehung weiterentwickeln zu können, musst du wissen, was du willst. Wie willst du dich fühlen? Mit welchem Gefühl willst du morgens wach werden, abends einschlafen, den Tag verbringen? Willst du dich groß oder klein fühlen, weit oder beengt, wissend oder unwissend, ohnmächtig oder frei? Wenn du dir darüber nicht im Klaren bist, ist eine gesunde Weiterentwicklung so nicht möglich. Mögest du offen dafür sein, immer öfter wissen zu wollen, was du willst. Das wünsche ich dir.